Pünktlich zur EM gibt's bei Ferrero wieder Punkte. Jetzt Fan-Connection-Punkte sammeln für Original-DFB-Fanartikel und weitere tolle Prämien. Auf vielen Packungen von Kinder-Nutella, Duplo-Hanuta, Mähschnitte und Tic Tac. Hm, wir haben da mal nachgerechnet. Ein offizielles DFB-Fan-Trikot bekommen Sie für 100 Sammelpunkte. Für 10 Kinderriegel beispielsweise gibt es 2 Punkte. Um ein Trikot zu bekommen, müssen Sie also nicht 10, nicht 20, nicht 50, sondern 500 Riegel essen. Damit hätten Sie 59.000 Kilokalorien zu sich genommen. So viel braucht eine erwachsene Frau in einem ganzen Monat. Um das eine Trikot zu bekommen, haben Sie außerdem 5,5 Kilogramm Zucker verzehrt. Und Sie haben mehr als 3,5 Kilo Fett zu sich genommen. So viel wie in 18 Päckchen Butter. Um das wieder abzutrainieren, müssten Sie etwa 100 Stunden Fußball spielen. Anders gesagt, Ferreros Kalorien sind Sie wieder los, wenn Sie bei allen Partien der Europameisterschaft mitspielen. Und zwar 90 Minuten von der Vorrunde bis zum Finale. Und das gleich zweimal hintereinander. Ach, dann hätten Sie sich Ihre Prämie redlich verdient. Wir fragen uns, gibt es das Ferrero DFB-Trikot auch in XXXL? Punkten bis das Trikot platzt. Die Ferrero Europameisterschaft präsentiert von Foodwatch. Und watch. Untertitelung des ZDF, 2020